In diesem Video soll ich ganz kurz nur darum gehen, dass wir eventuell, bzw. es wird zu sicher sein, wahrscheinlich ein neues Emote bekommen. Aber seht einfach selber, ist einfach der Trailer zum Lama-Rama-Turnier in Rocket League bzw. dem Event. Und wie gesagt, schaut einfach selber, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das Emote gönnen würdet. Und in dem Sinne würde ich sagen Abfahrt. Sieht schon nice aus. Also als Fahrzeug kann ich es mir vorstellen. Ich glaube es wäre dann das dritte Fahrzeug nach dem Deadpool Motorrad, dann von dem Xbox-Skin der Truck. Also ich denke mal zu 99,9 Prozent wird das reinkommen. Es ist schon geil gemacht, also ohne Quatsch. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, werdet ihr euch das Emote gönnen oder eher nicht.